Meine Theorie zu Avengers 3 Infinity War ist über Deadpool, weil schon in Civil War Captain America kam schon einmal Deadpool vor und zwar in der folgenden Szene, genau da und da spekulieren jetzt noch einige Fans darüber, ob Deadpool auch sowas wie eine kleine Gastrolle in Avengers Infinity War kriegt. Es wäre auf jeden Fall awesome, hätte er da noch ein paar Sekunden oder ein paar Minuten so einen Gastauftritt, wäre auf jeden Fall nice und wäre noch cooler, wenn er dort seinen eigenen Film noch ein bisschen promotet und sagt so, ja, guckt mal jetzt so, in einem Monat kommt mein Film raus, der ist tausendmal besser, geht alle in Deadpool 2 rein, so nach dem Motto, so wie Deadpool halt ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Theorie zu dem neuen Film Infinity War. Was denkt ihr darüber? Ab unter die Kommentare damit.